so nachdem da unten ist das tor noch auf ich musste abhauen sonst wäre ich wieder tot gewesen na alles gut das kleine ist noch auf daneben so gerade wo sie sind ok da hinten ist sie wollen gar nicht wo also ist jetzt gerade nichts wieder nichts unterwegs ich Oh, da ist ein Reh. Das krieg ich jetzt. Es geht einfach nicht unter so einem Segel hier hinten. Ah, der Bekanter nebengeworfen hat, super. Kann ich da hin? Da. Da. Oh, da. 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 Da geht's schon wieder die Welt auf die Rinden. Hm. Okay. So hot. Ja, war klar, Alter. Ich werde wieder angesprungen von irgendwas aus dem Busch. Und dann ist das die Olle da. Ich leg wieder rum. Ich brauche mal kurz bitte Hilfe, sonst hänge ich gleich wieder am Flugzeug. Ja, ich glaube, ich bin direkt hier. Was bist du denn, was bist du denn? Ja, im Turm. Ja, ich bin dabei. Ich bin schnell weg. Da ist eine drin. Komm ins Wasser, komm. Er ist tot. Ich weiß nur, der Plan rauszugehen mit dem Wägelchen hier, das Wägelchen zu holen. Dass ich mal weitermachen kann mit meinem Hausboot. Da sind mir fehlen nämlich auch noch so 15, 25 Stück. Soll ich den mal eben aufmachen, ne? Ach, da ist wieder einer. Spüße zu machen, sonst wird er reingegangen. Ich hänge hier noch ein bisschen rum. Ich gehe mal schnell nach oben. Wo sind sie denn? Na komm, da ist einer im Turm. Ich glaube, der nächste ist tot. Ich glaube, das war kein freiwilliges Disconnecten. Da ist sie, glaube ich, im Internet geflogen. So. Ich hoffe, wir sind noch zu zweit gerade. Aber es ist eh gleich Feierabend. Für Minuten noch oder so. Ich bin mein Vorfeld. Ich bin weitermachen. Ich bin weitermachen. da hat sich gerade komplett geschossen also ich bin jetzt wieder in der party gerade drin hier ist gerade was reingelaufen ist ja nicht antwort hat also ihre familie steht hier einfach hier rum und was man mal kurz einladen kann ich schließe mal eben das spiel leider keine also ich kann ich jetzt verliebe ich nicht einladen oder muss eine einladung erhalten ich gucke eben beitreten ob das so funktioniert ja versuche spieler beizujohnen Na, er lädt wieder. So gut. Ja gut, so lange machen wir ja hier jetzt nicht mehr. Fünf Minuten, zwei, drei Minuten, fünf Minuten machen wir noch. Und dann ist Feierabend. Aber dann haben wir nämlich zehn. So, wenn wir noch ein paar Wornchen haben wollen, dann kann ich das hellen. Ich glaube, ich bin noch wieder da. Mal gucken, das funktioniert, was ich gerade gemacht habe. Ob ich das Licht da hinten machen kann. Ich höre doch schon wieder irgendwas kommen. Also, ich sehe für dich aus wie ein Kalibar. Das geht umsonst. Nein, auf sich. Das geht umsonst. Das geht umsonst. Das geht umsonst. theoretisch können wir schlafen dann red ich noch mal das spiel dann haben wir feierabend oder wie seht ihr das am freitag nachdem oder am montag machen wir dann weiter ja 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 scheinbar will er gerade echt nicht naja dann ist das so trotzdem feierabend haben wir genug gemacht ich habe die folgen wirklich knapp über zehn minuten nur gemacht alles das heißt also 12 13 minuten dann habe ich ein bisschen content vorgearbeitet so mache ich hier mal einen cut das ist das ist das ist das ist das ist das ist ha Vielen Dank.